So, jetzt aber. Die Intros waren immer geil, mit dem Auge. Ah, da gibt's kein... Da müsste es Tony Hawk HD geben. Ansonsten haben die die Lizenz nicht mehr. Boah, Evo Sieg. Die Böller. Wie wie. Ähm, oder du wartest? Noch ein bisschen? Vielleicht announcen wir ja hoffentlich, dass die PS5 alle PS-Spieler abspielen kann. Oder eine dicke PS3. Kannst auch eine PS1-Spieler spielen. Und hast noch HDMI rausgern. Bei PS1 musst du ja ein bisschen mehr Carbon Management-Teilten haben. Und dann machst du ganz lame, so wie ich gerade. Einfach per Emo. Ich benutze ja gerade auch den PS3-Controller. Oder ein 2er. Stimmt, geht auch noch. Alter. Einfach über die Däscher hinweg. Boah. Tony Hawk 2. So, schauen wir mal. Was haben wir hier? Optionen. Das erste, was man macht, wenn man ein neues Spiel hat. Optionen. Hier, die GAP-Checkliste. Da, die Teile hier. Die habe ich bei Teil 2 und 3 nicht gegrindet. Aber bei Teil 4, alle. Das war schön. Matt Hoffman-Demo. Genau, da war ja dieses BMX-Teil dann als Demo dabei. Einsatz Session, Skate for Fun, 2 Spieler, mach dir den Skater. Die hast du bei Teil 2 komplett gemacht. Okay. So, ich mache mir keinen Skater. Hier in dem Teil. Ja, Parkeditor war auch cool. Habe ich auch ein bisschen rumgespielt. So. Neue Karriere. So, es gibt nur einen Skater, den man in Tony Hawk spielen kann. Und zwar Rodney Mullen. So, was gibt es hier? Drehen. Gab es nicht noch ein Aussehen? Biografie. Oh. Okay. Da hier, Stil A oder Stil B? Komm, nehmen wir Stil B. Stats, Tricks kaufen. So, ich glaube, bei den Tricks kaufen, da kann man die Spezialtricks auch nochmal hier ändern. Okay, das kann ich mir merken. Das nicht. Was ich immer mache, ist einfach hoch, runter. So. So. Das kann ich mir merken. Immer schön hoch, runter. Okay. Komme ich jetzt wieder zurück. Da, fertig. Skate Shop. Mal gucken. Was haben wir da? Wir schätzen mal einfach die Decks genau. Okay, ich habe ja noch keine freigeschaltet. Und die Axt mittel, locker. Immer schön locker machen. Komme ich besser um die Kurven. Ich glaube, bei Teil 3 gab es das dann nicht mehr. Okay. Weiter. Ich glaube, jetzt geht es los. So, das Hangar. Okay. Mal gucken. Was haben wir denn? Checkliste, Hangar, Highscore, Profiscore, Hammerscore, Sammelskate, Fässerjagd, 5 Pilotenabzeichen, Nosegrind über die Pipe, Springe, 3 Hangar Gaps, finde das versteckte Tape, 100% der Ziele und Preise. Okay. Schauen wir mal. Boah. Das spielt sich ja so langsam gerade. Jawohl. Ah, ich gewandt auch noch nicht mit dem Wechsel während des Skrines. So, Gott. Es gibt so viel zu tun. Ey, da waren wir nicht. Ich stelle. Ah, jetzt gibt es ja dieses Manual. Oh, Gott. Muss ich mich erst mal wieder dran empfehlen. Dann gab es nicht auch sowas hier. Genau. Oh, Gott. Das gab es auch in Turnyork 1, aber das auch zu führen war halt mal eine Katastrophe. Ja. Ja. Ja, ich re-flash. Jawohl. Oh, Gott. Wäre nur gut, ein bisschen mehr zu sehen, irgendwie. Ah, es hat nicht geklappt. Ja, das ist immer so mit dem Hochskill dann. Aber ich schätze mal, bei Turnyork 2 war es am schlimmsten. So, ich weiß nicht, was ich jetzt schon gesammelt habe, von was nicht. Deswegen, ich spiele einfach mal so, zwei, drei Runden. Oh. Ah, es steht hier dann. Okay. Money. So, was haben wir jetzt? Punkte? Es geht Pilot. Pilot. Ich weiß nicht. Schule 2, Süd-Kalifornien. Das ist das Level, was ich irgendwie nicht so mag, aber alle anderen Tony Hawk Spieler schon. Ich weiß nicht, wieso. Okay. Karriere A. Natürlich. Spiel ja nur ich hier, Tony Hawk. Genau so wie A, A, A. Okay. Ich kann mir sagen, was du willst. Dieses Lied hier hätte ich anwiegen, Commander Conker. Ich weiß nicht, wieso. Wo war noch was? Ach, hier. Ich sollte mal einen Spezial-Grind machen. Ach, hier gibt es doch keine Anzeige. Naja, geht. Okay. So ist der Anfang, hört sich immer so an. Ich, Commander Conker, niemals. Ich kann das Spiel nicht. Es gibt zwei Spiele, die ich da gezockt habe, auch durch. Commander Conker, äh, Renegade. Das ist ja dieses, ähm, Ego-Shooter-mäßige da gewesen. Und Alarmstufe, äh, Alarmstufe Rot 2, mit den beiden, äh, Parteien da. Wo ist denn hier noch was? Ich hab' ich auch die Ziele sehen. aus geht ab die warte ist ja so weit weg ich dachte jetzt ich könnte ein Wallgrind machen ah sind dazu die der Spezialträger Alter was hebt ich da ab hängertime Gaps mal gucken wo sind die drei zwei weiß ich ja oder seht das hier auch schon als Hänger Gap da da bin ich die Spezialträger fette aus vielleicht fühlen einfach nur falsch aus kann auch sein ach so ok nein ich hab das hier befasst so 50 Mäuse nein stimmt da war was das ist ja kein Turnier Op 4 da muss er erst den Trick beenden noch ne sag mir jetzt nichts mit dem Ozu Wot 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 aber interessiert mich auch überhaupt nicht das einzigste was ich will ist halt scorefarm oder den Ozu Laser halt mit den neuen Monster oder Monster rumspielen das ist alles für mich in Ozu ne brauche ich nicht so ich weiß dass es da oben irgendwo noch was ist mit den Mäusen aber jetzt mal dann müsste ich die Helikopter aktivieren oder guck da oben oder aber doch mal hier nochmals ah nein keine so jetzt fehlt noch das Geld da oben ich muss den Helikopter da aktivieren und Hubschrauber was da eigentlich der Unterschied zwischen Hubschrauber und Helikopter also oh Junge was geht hier ab es geht so viel kaputt nein so jetzt aber ja fast so warum war das jetzt perfekt so die Frage ist ist das jetzt alles oder fehlt noch was ich kann mich auch nicht umsehen mit der Kamera oder so ne warte mal hier drinnen vielleicht ich kann mich gar nicht erinnern da jawohl Laufbänden so 2.500 Dollar Geld ausgeben ja das liegt daran äh weil es in dem Raum verschwunden ist immer die ganzen Effekte weil wenn ich das jetzt äh würde ich das jetzt privat auch über Monitor oder sowas laufen lassen oder boxen den Sound dann wäre es auch nicht so laut so Landung ich mache dann Landung als erstes hoch ich kann gleich mal gucken ob ich in den Soundoptionen was umstellen kann so hier Schule 2 Süd-Californien so Highscore Skate Walride an 5 Glocken Sammle 5 Hallenausweise Kickflip dc Stasher Gap Grinder an 3 Roll Call Rails ok Na dann da kann ich der so lassen ein Kickflip ja ey Ey dieser Golf Fahrer hier oder was das da ist ne Na schade dass dass es hier noch nicht drin war dass wenn du da diesen Looter eben gemacht hast du automatisch in den Manual gekommen bist aber die Kompe war nicht unterbrochen so war hier nicht doch irgendwas da das Mann ey gut ähm da dann machen wir weiter mit den Glocken ja pass Ärger mich nicht der Fahrer nein so ich schätze mal da hinten war noch eine oder ist noch eine ich weiß eh nicht was ich schon alles eingesammelt habe ja die Walgrinds sind sind sehr anstrengend aber mir fehlt noch eine Glocke warte mal ich weiß wo die ist ok schaue ich nicht ich kenne mich so schlecht aus in dem Level immer ich kenne mich so schlecht aus in dem Level immer gentle Boah Achte rat das ist der Gap aber habe ich den falschen Trick gemacht Musik ist 12 vor 10. 3 von 5. Ah, verdammt, da habe ich wieder einen übersehen irgendwo. Mann. Ach. Da hier, diese Glocke habe ich am meisten gehasst. So, wo ist die andere? Musik ist 12. Äh, wo war die eine andere Glocke noch? Die hier habe ich ja. Wo ist die hier? Die habe ich auch. Baddam. Mann. Frankreich. Ja, die rasten sowieso komplett aus. Ich mag dieses Gift. Du wirst dich erst mal wissen, wo der Schwimmbad ist, ne? Meinst du hier links, bestimmt? Warte mal, ich mach mal so. Warte mal, ich mach erstmal die, die ich kenne gerade. So. So, nebenbei Skate sammeln. Ach, das ist diese Rape da. Ah, die habe ich vergessen, oder was? Egal. Jetzt habe ich eh alle. So. So viel zu. Ja, da kenne ich mich am besten aus, ne, Julian? Ich glaube, du musst dir wieder was nachholen. Leute, das steht jetzt stärker als ich. Oh Gott. So, dann mache ich hier doch das. Warte mal. Hab ich? Ne, mir fehlt das S. Verdammt. Okay, dann mache ich hier noch den. Ach, das fehlt mir auch noch. Tadah. Warte mal, vielleicht habe ich noch den. Nice leg. Oh. Fuck up. Und jetzt zuerst mal Skate, alles nach und nach. Ach mal hier, das K habe ich auch noch nicht gehabt. Oh Gott, das Tape, das ist ja auch immer eine Katastrophe gewesen bei mir. Mal gucken. Der war stets bemüht. Das ist halt das Problem bei mir, wenn ich nicht mehr alles auf einmal machen will. Aber ich möchte den Level noch nicht so gut auskennen, weil er nicht mehr so gut ist. Nee, nee, das klappt auch so schon. Ich muss nur besser da irgendwie abkommen. So. So, wo ist die Tretter? Das weiß ich nicht mehr. Egal, erstmal aufs Dach kommen irgendwie. Ich meinte, das wäre das Ziel gewesen. Ah, verdammt. So, mal gucken. Okay, Punkte. Okay. Schauen wir mal. Ah, ja. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich versuche mal das. Hey. Dieser Drexler. Ah, hier muss ich dann überall noch hochklettern für das scheiß Geld. Egal, ich hab das Money. Warte mal, da bin ich nicht verrückt. Egal, ich hab das nicht richtig. Super. Wenn ich so auf den Weg gehe, ne? Ah, das war zu früh. Ah, da komm ich jetzt wieder dran, ist hoch. Wobei doch, ich kann es doch mal versuchen. Oh, geht doch. Noch mal 50. Öppi. So, diese Rail hier ist eine von drei. So, die da vorne. Da muss ich gleich mal gucken. Ich meinte, die hier wäre es auch gewesen, aber... Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich weiß welche, die hier ist das. Die Beschissene. Aha. So, ich hab die 50 Schmeiße da oben gesehen. Aber erst mal das Hütchen umwerfen. Wir müssen in der Schule zeigen, was für ein Grabauke wir sind. Äh, wofa schlank. Ja, schon. Ich denke, ich bin da alles vergessen. Gott sei Dank ist mein Kopf angewachsen, ne? Komm ich hier einfach so dran? Ja, passt. Okay, dann... Ich versuche nochmal schnell das versteckte Tape. Ansonsten... Gibt's ja eigentlich nicht mehr viel. Die Punkte noch, die kann ich immer noch machen. Ja. Jawoll. Guck. Gab's hier nicht nochmal welche? Da hinten. Genau. Guck mal hier, ich kenn das doch. Ach, ich weiß, Julian. Denk dran. Wenn in Wirklichkeit BSG, ne? Neuer Versuch. Let's go. So, ich glaube auch hier oben ist noch ein bisschen was. Vor allem warum... Wer verteilt denn das Geld nur so? So, ich muss erstmal hier wieder oben. Okay, so nicht. Es gibt nur den einen Weg da oben. Ach, da oben ist auch noch eins. Also das Geld haben die gut verteilt, ne? Warte mal. Aha. Habe ich doch gesteckt gesehen. Schlampe. Ich starb das. So, dann. Noch auf dem Dach da. Irgendwie. Mit ganzen Drogen die da. He he. Ja, nicht schon genug. Krass. Nee, da komm ich doch grad nicht dran. Und so rum klappt das ja nicht. Oder? Oh. Na gut, so komm ich auch hier hoch. Fünfzig Mäuse. Okay, es fehlt noch was. Da schätze ich mal, wir sind hier. Wo ich... Ähm... Hier längst dann. Äh... Level Ziele. Ach, das muss ja wieder neu laden. Ich glaub Punkte und... Äh... Das Geld noch, ne? Genau. Gut, dann mach ich jetzt die Punkte. Und schau nebenbei, ob ich Stinks finde. Noch das Geld. Airwalk. Julian, für dich auch. Kein Backseat Gaming. Nur wenn ihr spezifisch danach fragt. Und schau. Ja. Und... ... ... ... ... ... Nein. Ich wollte eigentlich noch weitermachen. Boah, hat dieser Drecksack. Hat er angepakt. So, jetzt muss er mal nach. Aber hier geht das, wenn man ganz schnell die Tasten drückt. So, schauen wir mal. Ah, guck mal da unten. Sogar ganz leicht. Jawoll. So, machen wir mal Lautstärke. Machen wir so. Laufband. Genau. So, Level 2. So, was kommt danach? Welches Level? Ach doch, doch nicht Levelziele. Hm. Hm. Was ich noch machen muss? Hm, ich weiß es nicht. So, Levelauswahl. Das war auch falsch. Weil ich hab hier jetzt Geld zum Ausgeben. Egal, ich kann so zurück. Boah, ich hab 5000 Gold. Äh, Gold. Dollar. Stats verbessern. Hm. So, Tempo ist wichtig. Okay, das sollte ich jetzt einfach von oben nach unten. Was versteckste habe ich für mich? Mal gucken. Gibt's hier auch noch was? Ach guck mal, es gibt auch Wettbewerbs hier. Was kostet Geld? Oh, lol. Oh, lol. Ah, da war ich jetzt zu wenig. Oh, oh. Okay, gut zu wissen. Aber trotzdem, ich mach erst die Stats. Ach, das war das. Boah, das hatte ne gemeine Stelle. bis ich die im hd gefunden habe Ah, oui, oui Ah, warte mal, hier gibt es ja kein Dings, keine Aufgaben. Ich frage mich die ganze Zeit eben, ey, was haben wir bestimmt für Aufgaben und so. Aber ich glaube, hier gibt es auch kein Tape, sondern nur Geldscheine und den Wettbewerb wieder zu gewinnen. Ja, geht, ne? Ähm. Ah, okay, nächste Runde. Ambulance. Nein. Was? Ich fühle mich gerade verarscht. So, ich guck mal, dass ich irgendwie den Geldschein da oben bekomme. Und dann erst mal den da. Jetzt kann ich einfach das mit dem Bein machen. Nein, schwarze Kuss. Okay, ich schätze mal, dann habe ich den Wettbewerb schon gewonnen. So, auf der Laterne oder was das da ist. Gibt es da oben noch eins? So, wie bin ich da immer hochgekommen? Ich schätze mal so. So, und dann gibt es noch ein geheimen Versteck. So, wo war das? Äh, war das nicht hier? Ach, da. Hier sind die ganzen anderen Geldscheine. So. Aber ich kriege die auch nicht zusammen. Was auch noch gemein ist, noch zusätzlich, der Geldschein hier am Anfang. Weißt, du musst erst mal das Secret finden. Und dann noch am Anfang noch was, ey. Nein. Yay. New York City. Ja, das war auch eine anstrengende Map. Das weiß ich noch. So, Wettbewerb mal starten. Ich muss mal gucken, ob ich den Baum jetzt neu umkippen muss. Für den Geldschein. Ja. Achso, das ist so ein Mast sogar. Das ist jetzt mal ein Baum. Ich dachte erst. Erscheine abgebrannt. Okay. Ob ich letzter bin? Hm. Was? Ich bin der Schloss. So, sprich schon. Kalifornien. Was war das für eine Map? Ich kenne so viele Maps nicht mehr. Wobei, das war doch auch da so eine Riesen-Map, wo du über die Obdachlosen springen musstest, oder? Das ist schon die Map gewesen. Und da gab es noch eine Arena mit einem Stier außenrum. Ah, ich hätte mir noch das neue Deck kaufen können. Egal. New York City. Schauen wir mal. Vincent Beach. Genau, das ist die Map. Ah. Okay, an den Park hier kann ich mich nicht erinnern. Oh Gott, das ist da hier noch. Philadelphia. Die Stier-Arena. Boah. Okay, aber erst nach und nach. New York. So, es geht. Und jetzt über die Hydranten. Okay, wieder fünf U-Bahn-Chips sammeln. Über Joey, ist was? Skulptur. Grinder auf U-Bahn-Schiene. Okay. Oh. Nein, sammeln doch rein. Meine Damen und Herren. Ach, das sind sogar die U-Bahn-Chips, damit ich dann noch hochkomme, oder? War das nicht so? Aber ich finde das Level hier nicht so gut. Also, kannst du Punkte machen, und so. Aber es hat irgendwie ab, äh, die Bereiche, da wo du gefühlt die sein wirst, oder auch nicht sein willst. Finde ich halt schade. Ach Gott. Ich hasse ich das da oben. Ich glaube, das war ein Geldschein, den einzusammeln. Weiß ich. Muss ich auch noch Pixel genau über die Scheiß? Nein. Ich muss Pixel genau drüber. Okay. Was soll ich jetzt sagen, wo die ganzen Hydranten sind? Da ist noch einer. Und ich schätze mal einfach die Straße wieder zurück. So. Raus hier ist es hier. Ich meine ja nicht. Boah. Ich hab mir doch doch einiges gemerkt. Guckt mal, hier ist er ja schon. Ich hab mir doch wieder auf einmal. Ich hab mir doch wieder auf einmal. Schade, es hat mir jetzt wieder Punkte abgezogen. Oh, runde drei. Jawohl. So, ein U-Bahn-Chip noch Dann ist ein zweiter Bereich Freigeschaltet Oh Gott Da muss ich schon mal schnell reagieren dann Ich war kurz davor hinterherzuschrei, aber es bringt ja nichts Nein Yeah, come on Ach, das ist meine Hassstelle Ich war so wenig Zeit da, einen Sprung zu machen, der anständig ist Hau uns doch was hier Okay Nein, ich bin nicht wirklich drüber gesprungen Ich glaube das Nein Okay, last try Okay, dazu Oh man So, ich weiß erst mal, dass er hier ist Das Zeit für die Mission da Das ist nice Ich hoffe, die hat auch gut Rack-Skirt geplagt Oh, es ist gut, ja Oh, ich weiß What about the Sea-Walkers? Powning, eh Okay Oh, das war schon mal gewesen Naja, sympathischer Taxi-Fahrer Naja, sympathischer Taxi-Fahrer Naja, sympathischer Taxi-Fahrer Von dem fahre ich gerne mit Der möchte gerne auch so cryen hier Was ist da los? Muss schon bald aufhören Dann steht Donja auf und selber wieder anzufangen Ich hab's in diese Stände Wer hat sich die Sau ausgedacht? Ja, sie die Okay, ich will, dass du dir jetzt nicht behaltest 13 über 3 Milliarden Naja, ich bin ja bei 164 Milliarden, von daher Hier ist noch ein kleiner Unterschied da So, hier ist eine U-Bahn Und hier soll ich doch cryen Okay Darf ich raten Jetzt kommt eine U-Bahn Egal, ich will das ja Ah, dieses Mann in da Ja Ja, ja Ich glaube, ich könnte für den Rest des Jahres AFK gehen Und du würdest mich nicht einholen Genauso Gibt es hier jetzt auch einen anderen Weg eigentlich Um an dieses scheiß Gate ranzukommen? Ne, ne? Oh Jawoll Okay, was fehlt noch? Punkte Tape Money Okay, da holen wir erstmal das Tape Das war ja hier oben Ähm War das richtig? Verdammt Wobei, in den anderen Spielmodis könntest du mich mit Spawn überholen Weil ich da nicht so aktiv bin Weil ich da nicht so aktiv bin Oh, verdammt Für was gibt es den Bereich hier hinten? Ich finde den irgendwie unnötig Aber das ist ja noch mehr Geld Besonders, das ist ja auch so ausgeben Kann ich hier noch mehr Rife? Na, 2-1-1-1-1 Nein! Hört sich an wie so'n Kater WTF Ah, hat nicht gelangt Verdammt Okay, 150k So, die hole ich mir jetzt Okay, habe ich mir sehr gut geholt Diese Kamera fahrt auch noch schönen Taxifahrer verfolgen Ah, ich kann kein Manual jetzt machen Ansonsten würde ich wahrscheinlich in Zed hinfallen Ich habe noch nicht mal die Hälfte Ah, hier irgendwie Combo gut aufzubauen ist ziemlich schwer Das ist ja Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Ich bin der Taxifahrer Oh, mein Gott 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 Okay, da versuche ich da hinten Das ist meine erst mal So, es sind dann noch drei Scheine die fehlen anscheinend Oh, mein Gott Schauen wir mal Äh Ja, wach was Was läutet denn da? Oh Oh Was war gar nicht über den Zaun? Okay Sonst ist es doch immer so eine unsichtbare Wand drüber Okay Bei der U-Bahn noch Und den einen Schein Den ich da gerade nicht bekomme Scheiße 2 3 Jawohl Okay, da fehlt noch der Geldschein nach vorne Und die 150 Punkte Das wird schon Oh Gott Da ist gerade kein Grind machen Oh Gott Ich wollte zu viel. Daxei! Ab mit Wasser. Tschüss. So schwer die Kontrolle zu behalten beim Manuals. Weil du ja nicht nach unten nach oben drücken darfst. Aber es ist bei mir irgendwie automatisch passiert immer bei den Teilen. Ach guck mal da, da ist noch ein Schein. Ich komme ein bisschen nah dran. Ich komme ein bisschen nah dran. Okay, so nicht. Ich glaube, ich muss über das Geländer springen, ein Wallride machen und dann genauso hier. 100 Mäuse across the pit. Papi, da ist auch noch was. Oh Gott. Warte mal, wir kommen schon da hoch. Warte mal, wir kommen schon da hoch. Ich habe keine Bauarbeit, aber solche Bausounds. Da ist noch ein Schein. Muss ich gleich mal überlegen. Oder komme ich für die U-Bahn da drauf? U-U-U-Bahn. Mh, nein. Schaue ich mal. Aber ich meinte nein. Noch den Gap hier holen. Doch Gott, Mann. So, weg von der Baustelle. Können morgen erst wieder bauen. Und nochmal hier hoch. So, ich hoffe, ich reg den Schein noch beim ersten Mal. Wie ich mein Glück kenne, kommt jetzt gleich noch so eine U-Bahn. Und Schussleben. Oh, fast, ne? Oder ich versuche hier über den Wall-Ride irgendwo hochzukommen. Ne, besser nicht. Hä? Wo ist das Geld? Ich sehe es nicht. Ich werde nur verarscht. Na da oben. Okay. Ich schätze mal, ich sollte auch Außenbrand grinden. Und zwar hier. Jawoll. So, machen wir nochmal einen Kasper. Okay. Hehehe. Hehehe. Skate Street. So, ich speichere jetzt. Und gehe kurz auf die Toilette. Und dann geht's sofort weiter. Mit, mit dem Geld ausgeben. So, bis gleich. So, bei uns. So, bis jetzt. Und das mal. Gut. Dann. Und das mal. Wie geht's. Han. Und das mal. Wie geht's. Wie geht's. Und das mal. Da. Are you? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020